heute zeige ich einen display test von iphone da ihr könnt keine einzige linie schalten display schalten oder wenn man auf dem samsung schaut ist schon scheiße wir werden jetzt von ich habe einen messer da steht käse sich von den iphone im display boot schade nachher werde ich ein wassertest machen ich gebe ihnen eine warme ist jetzt der man für das haus ja die display ist nicht kaputt aber das hat sich haben gesammelt ich probiere das kaputt machen aber es geht nicht nein leider nicht wie ihr seht geht es kaputt ja iphone geht schnell kaputt also wenn man zeige eine schlage ist das schon geworden jetzt mache ich einen wassertest ja ich habe warmeswasser mitgebracht wir warten ein paar minuten ja wir haben schon ein paar minuten gewartet es gekochtes wasser ich kann nicht eingreifen das ist wirklich scheiße abbeschneiden 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 und jetzt schauen wir mal was passiert ist ja ja es ist drinnen wasser vielleicht siehts ja vielleicht ja man kann ein bisschen ja es ist einfach drinnen wasser ja nachher werde ich den händen den drinnen aufmachen nö könntet test machen wir jetzt das gleiche machen wir jetzt aufweichern saames wasser oh es schon drinnen es schon in der salle drinnen wasser bei iphone geht es schneller bei samsung kennen diesen besser zeigen das sage ich euch einmal denn wir warten noch ein paar mehr und wir sind wieder da ich will jetzt das ich kann nicht das ist wirklich gekochtes Wasser wir warten noch ein bisschen da ist unser Handy ich mache jetzt von samsung auch auf den ich mache jetzt von samsung auch auf den ich nehme ein anderes Messer ich kann es auch mit dem Ich habe noch einen Moment. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ja, jetzt probier ich. Jetzt geht es leicht. Wow. Das ist Wahnsinn, nix kaputt, sicher funktioniert es, vielleicht noch tipptopp, Juppie, ich hab's, da, ich spiel das in ein warmes Wasser rein, Schluck, und das ist Wahnsinn, diese Teile da, wie sie das machen, alles erst, auch nie das, ich hab's, da, ich hab's. Die Teile da ist ja nicht bezig, das ist ja, ich hab's. Ich mache ein bisschen Pause für euch. Das war's für den Samus und es ist schon am Arsch.